Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir haben angefangen und haben als erstes mal bei der Gemeinde versichert, dass wir da eine entsprechende Unterstützung kriegen, die wir einmal durch den Bürgermeister persönlich in Form von mehreren Schreiben erhalten haben, nämlich Schreiben an den zuständigen Wasserversorger und zum anderen durch das Bauamt und letztendlich auch durch die wenn wir dann, wie jetzt hier, ja, alles was in der Richtung sprechen und so weiter ist, die wir jetzt nach vorne... Und dann, wie jetzt hier, ja, alles was in der Richtung gekommen ist, bei dem Arbeitsplatz, das auch wirklich alles, wie ermöglicht hat, Das sind ja auch die Lohnspender, die wir jetzt ansehen, aber auch die Wasserwerke der BWF und auch diese Kleinspender. Die Liebeswelle ist ein Ort, der seit vielen Jahrzehnten, bevor es da verbunden ist, mit vielen Fabeln, Geschichten, also hier hergezogen sind vor 20 Jahren, schritten hier die Post hier in Kroaten und holten hier Wasser, um es in Berlin zu verkaufen. Leider ist sie in der originalen Form, aber die neue Form ist zumindest eine Möglichkeit, diesen Ort wieder als Rastplatz, als Gedenken und Irgendwann hoffen wir, dass wieder Wasser aus dem Berg kommt, der original Liebeswelle wieder eröffnet ist. Ich wünsche Ihnen, dass Sie oft hierher wandern, Ihren Weg hierher finden und diesen, ja, zentralen Ort unserer Gemeinde genießen. Vielen Dank! Vielen Dank!